Noob vs. Pro. Flexi-Ring. Noob. Okay, wir gehen auf Spielen. Es wird super krass. Es wird super krass und super easy, Alter. Das ist Noob-Level. Das war ja sowas von das Noob-Level, Alter. Oh mein Gott, das war ja richtig einfach. Zack, hier die Gummibänder drum und dann ist das Ding auch gegessen. Pro. Oh, eine Colaflasche. Oh, das wird krass. Oh ja, das wird richtig cool, Leute. Das wird sogar richtig, richtig nice. 72 Stück, das will ich auf jeden Fall noch fertig machen. Okay, wir holen uns mal 50 Stück. Nicht 50 Stück, sondern wir holen uns mal für 50 Kristalle 10 Stück. Okay, schönes Ding. Und wir holen uns nochmal 15. Oh, Junge. Jetzt geht es richtig ab, ey. Komm und nochmal 20. Guckt euch diese Flasche an, Leute. Die explodiert gleich, weil ich nämlich der Gummiband-King bin. Und nochmal. Oh mein Gott, das Ding wird jetzt einfach nur explodieren mit Sachen, die wir gekauft haben. Und Achtung, festhalten, Leute. Boom.